Der I Am One Entertainment Tipp Ich darf dich nicht auf das festlagern, was du bei den Spielen gesagt hast. Das ist nicht fair. Du hast uns gerettet. Das weiß ich. Das musste ich tun. Einmal wenigstens. Dann musst du ihn dafür büßen lassen. So etwas haben sie noch nie gesehen. Und so etwas werden sie auch nie wiedersehen. Nie. Der I Am One Entertainment Tipp So etwas haben sie heute.